Ja, das bin ich. Und mein Wecker klingelt. Wenn ich mal länger schlafen kann, dann nutze ich meinen Tag effektiv. Und heute ist es ein ganz besonderer. Also, hopp, hopp, eben mal anecken und strecken und ab ins Bad. Meine Morgenroutine ist mir sehr wichtig. Nur dann fühle ich mich frisch und voller Energie für den ganzen Tag. Das Outfit ist besonders wichtig. Ob ich auf dem Weg zur Arbeit bin, zum Sport oder zu einem Date. Solange alles zusammenpasst, kann nichts mehr schief gehen. Accessoires dürfen da ja keineswegs fehlen. Hm, gut, bei der Auswahl lasse ich mir gern mal ein klein wenig Zeit. Hm, was könnte denn noch fehlen? Na, schon erraten? Das Make-up natürlich. Ich trage eigentlich immer Make-up. Dafür sehr dezent und natürlich. Manchmal erinnere ich mich an meine ersten Make-up-Experimente zurück. Wie ich mir zum Beispiel das erste Mal die Wimpern getuscht habe. Oder meinen ersten Versuch mit dem Eyeliner. Tja, ich konnte absolut nicht damit umgehen. Und es dauerte immer eine Ewigkeit. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, wieso ich mich eigentlich geschminkt habe. Die Antwort war relativ einfach. Ich war sehr, sehr schüchtern und bekam einfach mehr Selbstbewusstsein. Konnte mich für ein paar Stunden, für den Abend oder den gesamten Tag verwandeln. Wann immer ich Lust dazu hatte. Und an extremen Tagen half es mir, eine Maske aufzusetzen. So eine Maske kann schon mal praktisch sein. Und letztendlich hatte ich so viel Spaß dabei und habe es zu meinem Beruf gemacht. Make-up spielt zwar eine große Rolle in meinem Leben, aber ich koche sehr, sehr gerne und vor allem gesund. Jeder kennt diese Hoch- und Tiefs, die wir so gut wie jeden Tag haben. Ist man heute gut oder schlecht drauf? Deswegen versuchen wir uns abzulenken. Sei es ein Kinobesuch, ein Essen mit Freunden oder ein Date. Und dafür brauchen wir den passenden Look. Und davon gibt es eine riesen Menge. Wenn ich unterwegs bin, versuche ich verschiedene Farben aufzuschnappen, neue Produkte zu entdecken und immer wieder neue Make-ups zu kreieren. Aber eine Sache vergesse ich dabei nie. Lächle und die Welt lächelt zurück. Make-up ist die eine Sache, aber die andere Sache ist man selbst. Seid glücklich und genießt jeden Tag. Wer ich bin, das wisst ihr bereits. Willkommen in meinem Channel. Falls euch mein Kanal-Trailer gefallen hat und ihr noch weitere coole Videos sehen wollt, dann könnt ihr gleich hier meinen Channel abonnieren und gleich mit meiner Playlist loslegen. Denn hier geht es gleich weiter zur Make-up-Basic-Serie. Oder, falls ihr mein letztes Video sehen möchtet, ein Tag-Video. Ein Beauty-Guru-Tag. Viel Spaß beim Durchstöbern.